Was geht ab, meine Freunde der Sonne? Ähm, ich schalte mich hier mal in dem Moment kurz ein. Äh, ihr habt bestimmt gemerkt, dass ich mittlerweile keine Erfahrung mehr zocke. Das liegt ganz einfach daran, dass wir alle keinen Bock mehr darauf haben. Weil das dann doch schon ziemlich nervt. Auch wenn den ganzen Hackern und alles, was drumrum ist, das fuckt uns so ab, Alter. In jeder Season kommen dann die Hacker aus den Löchern wie die letzten Fliegen. Und da hab ich mir gedacht, ich mach jetzt nochmal ein kleines Inventory-Video und ihr könnt euch das dann natürlich reinziehen jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Der Account wird so auch nicht mehr gespielt erstmal, wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, ja, zieht es einfach rein. Da stecken ca. 10.000 Euro in dem Account und das ist wahr, ich hab's nachgerechnet. Wer es nicht glaubt, kann mich gerne anschreiben. Also, ansonsten bin ich raus, ich wünsche euch viel Spaß und lasst die Ohren und die Köpfe nicht hängen. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018